Zahlen sind ein von Menschen gemachtes System von Ordnung und Zuordnung. Ich habe nämlich mich ein bisschen kundig gemacht und habe auch festgestellt, dass zum Beispiel in der griechischen Sprache die Zahlen, unsere Zahlen, mit Buchstaben versehen sind. Und das ist jetzt auch wieder so eine Bildungslücke, die ich aufgefüllt habe durch Ihre Einladung. Also Zahlen sind ein von Menschen gemachtes System der Ordnung bzw. der Zuordnung.